Zwei von vielen. Zwei revolutionäre, zwei tragische Helden. Mein Onkel Johannes Ackermann und sein guter Freund Ralf Paschke. Jeden Westler mit ner Frau ins Bett fragte er hinterher, Na Baby, war ich nicht großartig und absolut super? War ein Ossi mit ner Lady zugange, blinkerte sie an und sagt, Madamechen, ich hoffe, det war nicht alles schlecht. Mein Unterschied zu diesen Arschlöchern ist also, Did ich weiß, did ich ein Spin? Seht ihr es richtig? Ja. Nee, nee, nicht ganz so, also... Ha. Wat ha? Du kleine, dreckige Arschkrampe, du. Nun los. Ja, aber wisst denn, wie sie heißt, hä? Kick mir in die Augen, woher? 1, 2 Tipp, 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 Ein reißer Schwan, ziehe den Kahn. Um, du temporRAINE! Wie fühlt sich jemand an, wenn sie sind, um, den INDI Laboratory verringst du in die Profile?